Dafür darfst du auch rüber, über die Acht. Auch das ist so klar. Ja, das war klar. Ich wollte dich wieder auffangen, ehrlich gesagt. Das mit dem Auffangen funktioniert nicht. Ich will es nochmal probieren, Moment. Nein, es klappt nicht. Ich bin auch daneben gesprungen. So, endlich. So, hier geht es jetzt weiter? Ja, hier geht es weiter. Da habe ich eine 5. Ganz da drüben weiter. Ah, er hat es geschafft. Oh, sehr schön. Sehr gut. Okay, was kann ich jetzt? Jetzt muss ich hier drücken. Ah, lol, okay. Ja, Sekunde. Grün. Okay, äh, ja, habe ich gleich. Grün. Blau. Fuck. Ich habe doch. Gelb. Okay, gelb. Jetzt kommt grün. Äh, äh. Wie? Ja. Grün. Gelb. Grün. Ich stehe doch schon auf gelb. Äh, Sekunde. Warte, 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 warte. Wie sieht mein Bildschirm? Ich sage dir, jetzt. Warte, 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 warte. Ich stehe noch nicht auf blau. Jetzt. Auf die 4 musst du. Oh Gott. Jetzt kann ich darüber. Ich habe einfach aus Panik Knöpfe gedrückt. Jetzt können wir ihn nicht mehr zurück. Ja. Also, ähm, ich gucke mich hier mal um kurz. Ähm. Guck mal, da gibt es eine Lavalampe. Das ist, die muss ich mir nochmal angucken hier. Siehst du, auf meinem Bildschirm hier. Ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Lavalampen. Ja, da ist zumindest eine Rom. Siehst du, eine ganz kleine, oder? Nee, die habe ich nur durch schon mal sehen. Irgendwo, ich habe da mal eine Lavalampe gesehen. Oder? Warum hat die Tochter eine Lavalampe? Hier, guck mal. Aus der Perspektive sieht das aus wie eine Lavalampe. Da oben ist eine riesige Lavalampe. Guck mal, hier siehst du das nicht auch auf meinem Bildschirm? Ja, doch, ich sehe. Es ist nur ein Schein. Es ist nur ein Schein irgendwie durch die. Das ist nur, wenn man hier herangeht, sieht man das dann irgendwie. Das ist ein Pixelfehler oder so. Tja, okay. Ich komme. Das war so klar. Ja, gut. Mach endlich. Oh, er ist nicht daneben. In der neuen. Äh, warte mal, bis ich drüben bin. Oh, fuck. Ja, es kann noch ein bisschen länger dauern. Moment, ich möchte das jetzt aber mal ausprobieren. Spring. Jetzt. Nee, das geht nicht. Wir sind wirklich durch. Belastet. Na komm, spring. An die Fahne. Oh, hätte er an die Fahne springen können? Ich probiere das. Konntest du nicht an die Fahne springen? Wie Mario hier an die Spitze dort einfach umran. Nee, konntest du nicht. Schade. Belastet. Ein Mausloch. Oh, hier ist eine alte Wüste. Unten altes Pflaster, eh. Kannst du das nehmen? Nein. Warum sollst du ein uraltes Pflaster nehmen? Und warum? Da sind noch Blutflecken dran. Siehst du das hier? Komm ganz gerne, wo du ganz genau hinsiehst. Hier, guck mal da. Ja, das ist super wieder. Ich guck mal die Haare hier. Auch einzeln. Warum haben wir eigentlich Mäuse in den Wänden? Da sollst du dir mal Gedanken machen. Warum haben wir rotierende Würfel in den Wänden? Tja. Hier sind solche Dinge hier. Ich glaube, ich muss mal in den Kammer hier herufen. Was solltest du? Wir hatten übrigens auf der Arbeit wirklich ein kleines Mäuseproblem. Ich hoffe, wir hatten fünf oder sechs Mäuse auf der Arbeit. Ich bin zu schlecht hier. Ich bin, ich kann hier nicht. Ich treffe nicht den Punkt. Oh, kacke. Oh, ich bin in den Bellbart schwimmen gegangen. Ich auch. Ha, du. Okay, springen muss noch üben. Ja, ich auch. Ich bin ein bisschen raus aus der Steuerung. Hops und hops. Und hops. Oh, oh. Ich wäre fast eins zu weit gesprungen. Was ja gut gewesen wäre. Alles klar. Okay, ich muss auf der Einzelne anfangen. Warte. Ach, komm. Als ob mich das runterrollt. Ja, ja, ja. Der Doppelsprung reicht. Ja, du. Hoch hier. Okay, jetzt bin ich hier und... Verdammt. Ich mache in der Zeit lustige Geräusche. Mach das. Als ob... Ich komme in den Rollen hier nicht zurecht, dass die so schnell sich bewegen. Checkpoints. Ich habe es geschafft. Nein, es. Okay, willst du gleiten oder willst du Knüpfen drücken? Äh, gleiten. Alles klar. Äh, ähm, Ratte. Ratte, Ratte, Ratte. Alles klar. Du musst aufs Pferd. Du musst aufs Pferd. Löwe, Löwe. Ich habe halt Löwe. Äh, scharf, 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 scharf. Nein, ich habe... Verdammt. Du siehst doch, was ich hier habe. Nee, sehe ich nicht. Ich bin konzentriert. Warte. Okay, dann sage ich dir, wo du hin musst. Erst Schwein. Okay. Bleib auf Ratte. Dann zu Pferd. Äh, ja. Ja. Ratte. Ratte. Pferd. Pferd. Uh, ha. Das schaff ich nicht mehr. Nee, das war Zug. Da warst du zu langsam. Sekunde. Da wurde zugegeben. Ich hätte auch einfach aufs Schwein gehen können. Äh, das wäre auch langweilig. Ja. Ratte. Pferd. Äh, Ratte. Schwein, 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 Schwein. Äh, Frosch oder was? Hund? Nee. Ich hätte nur den Bär gehabt. Okay. Äh, das mussten natürlich rechtzeitig sagen hier. Ja. Ich habe es selber nicht gesehen. Ehrlich gesagt, ich war zu konzentriert auf dich. Ratte. Konzentriere dich auf dich und dich auf mich. Okay, sag mir, was du brauchst. Ähm, Ratte. Alles klar. Ähm, Schwein. Schwein? Äh, äh, Frosch? Wer? 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 Ich bin auf die falsche Richtung gesprungen. Ja. Sekunde, das ging mal hin. Du weißt, dass du dieselbe Scheiße auch nochmal machen musst, oder? Für die andere Seite. Sicher? Ja. Ratte. Ja. Ich will nur Spannung reinbringen. Äh, Ratte, Ratte, Ratte. Schwein, 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 Schwein. Äh, Bär. Bär, 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 Bär. Okay. Bin ich durch, oder? Ja, sieht so aus. Okay, ich hab ein Schaf, ich hab ein Hund, ich hab ein Löwe. Ich sag dir, was du brauchst. Ein Frosch. Komm, erst mal Frosch. Ja. Ein Frosch. Okay, das wird dauern. Ja, Frosch. Hund. Hund. Löwe. Löwe. Schaf. Äh, Schaf. Hab ich. Weißt du, was hast du? Du? Äh, Frosch. Hab ich nicht. Ich hab noch einen Frosch. Ja. Ja, hab ich doch gesagt. Bleib bei Frosch. Hund. Hund. Löwe. Hier. Schaf. Äh, Schaf. Äh, Schaf. Frosch war jetzt, glaube ich. Ja, Frosch. Ja, Frosch. Löwe. Äh, ja. Das war knapp. Deine Reaktionsgeschwindigkeit ist bemerkenswert. Äh, Hund hat's da. Löwe. Löwe. Schaf. Unterwegs. Frosch war jetzt, ja. Und ist Löwe, oder? Ja. Alles gleich, musst du durch sein. Jo. Du hast ne Kuh vor dir. Ich hab. Ich hab Kuh. Ich hab ne Kuh hier. Nice. Ja, sehr schön. Tag auf. Okay, was machen wir jetzt hier? Oha. Oha. Das ist schwer. Äh, ja. Ich bin hier unten. Sehr schön. Ja, lass die ruhig Zeit. Ich hänge währenddessen über dem bodenlosen Abgrund rum. Es ist auch so klein hier. Es ist... Nein. Es ist riesig. Ich bin klein. Ach komm. Was süpfe ich denn auch? Hast du nie Sonic gespielt? Nein. Nein. Also doch schon. Aber nur ganz kurz. Ich weiß, dass du Sonic gespielt hast. Deshalb sag ich's. Ganz kurz. Aber nicht wirklich... War da nicht gut zu tun. Ich spiel mal Sonic Adventure. Es ist scheiße, aber es ist lustig. Verdammt. Falsch gesprungen. Hops. Na komm hoch hier. Du findest schon deinen Weg. Alles gut. Lass die ruhig zu weit. Du kannst den Abokurs nicht noch verrücken. Kannst du nicht irgendwie... Nein, kann ich nicht. Du musst einfach nur den selben Weg springen. Du musst einfach nur meinen Jump'n'Run Skills beweisen. Ja. Der ganze Level-Abschnitt heißt Hüpfspiel. Na toll. Du kommst da nicht auf den hoch. Siehst doch einen. Wieso nicht? Du hast es jetzt lang genug versucht. Du musst einfach auf den Linken... Ich komm da also nicht hoch. Ja, von dem rechten aus nicht. Von dem mittleren geht das. Hops. Und... Verdammt. Ich hab kein Recht. Ich kann nicht... Ich kann schlicht dreidimensionell sehen. Das ist irgendwie... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist mein Problem. Ich hab irgendwie eine Störung und dreidimensionell sehen. Ich bin irgendwie... Ich hab halt irgendwie... Ich hab dann ein fettes Problem bei irgendwie... Ich kann das... Ich kann das irgendwie... Ich hab kein räumliches Empfinden dafür. Ich hab halt irgendwie... Tiefenwahrnehmung ist nicht deine Stärke. Tiefenwahrnehmung ist nicht deine Stärke. Tiefenwahrnehmung ist fast nicht vorhanden. Na komm, da war ich doch drauf. Das ist als ob. Nein, du kommst da auf den nicht drauf. Du musst auf den Linken dann. Pfff... Stunden später. Ich weiß auch nicht, ob ich hoch genug springe oder ob ich dann auch irgendwie... Ich sag dir, ob du hoch genug springst. Jetzt auf den Mittleren. Jetzt auf den Rechten. Den Rechten. Und jetzt da hoch. Ja. Und jetzt hier hoch. Nein. Das war... Warte, wir haben's gleich. Und hops. Nice. Sehr schön. Auf geht's. Ah, ich sitze oben drauf. Interessant. Und ich hänge. Ach, scheiße. Oh Gott, Schule. Schule. Wir müssen rechnen. 0 plus 0 ist... Ne. Achso. Wir müssen... Mathe machen. 7 plus... Es muss 6 ergeben. 3 plus... 3 ist... 2 plus 4. 4 plus 2. Au. Alter. Wir werden doch schlagen, wenn wir das falsch machen. 4 plus... Ne. 7 plus... 7 plus 2. Ach, okay. Sehr schön. Das müssen wir auch noch Mathe machen. Das ist so ein Scheißer. 7 plus 2 ist gleich 5. Bleib auf der 2. Bleib auf der 2. 2 plus... 3 plus 2. Ähm. 12 müssen wir machen. Eine 8 vielleicht. Ähm. Ja. 8 und 4. 4. Nice. Okay. Ach du Scheiße. Da bin ich ganz schlecht dran. Okay. Ich kann's. Oh nein. Ich hast mir nicht gemerkt. Kannst du auch gar nicht. Das hier. Nein. Das hier. Das hier. Das hier. Moment. Okay. Die... Die... Nein. Hier. Banane. Das ist die Banane. Moment. Ja. Hier. Die Birne. Die war glaube ich hier unten irgendwo. Nein. Fuck. Das war hier schon. Okay. Hier habe ich eine Erdbeere. Eine... Ah. Da warst du hier. Okay. Eine Birne. Die war da oben glaube ich. Ja. Hier habe ich jetzt eine Orange. Okay. Ein Fehler dürfen wir noch. Kirche. Dort. Alles gut. Jetzt haben wir's. Okay. Ich habe eine Orange. Oh oh. Die Aubergine. Es wird neu gemischt. Okay. Du lernt. Ne. Okay. Kann ich auch. Das wird nicht neu gemischt. Nein. Ich habe hier eine Banane. Wo war die? Okay. Moment. Moment. Ich habe schon ein paar. Wer hat der? Eine Birne? Nein. Das ist die Banane. Die war durch oben. Nein. Ah. Ich habe die Orangen. Was? Dreh doch nicht einfach um. Orange. Schafft man nie. Nein. Wir sind dumm. Oh. Ähm. Ich kann nicht. Ich kann nicht flüchten. Nein. Verdammt. Die sind wirklich nicht gut. Ähm. In Memory. Banane. Hier. Nein. Wohlgemerkt in einem Kindermemory. Ah. Die Kirsche. Die kennen wir doch. Hier. Nein. Orange. Äh. Ah da. Okay. Jetzt habe ich hier eine Banane. Wo ist die Banane? Das ist die Banane. Nein. Das ist die Erdbeere. Wo war die Erdbeere? Hier. Nein. Das ist die. Birne. Ah. Aubergine. Ah. Wir haben es fast. Das war die Birne. Das war die Birne. Die Birne musste hier gewesen sein. Nein. Da fragt das war die Banane. Hast du's durch? Hier ist die Banane. Ah. Da um. Um, 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 um. Sehr schön. Hat hier nur ewig gedauert. Das sind halt dumm. Ja. Ah. Mal nach Zahlen. Wo ist die 1? Da ist die 2. Ja, du kannst nur rechts links. Ach so, ich kann hier. Da bist du bei 2 zu 3 nach oben. Du musst nach oben. Ja, jetzt geh rüber. So hier. Zur 5 runter. Ist ja sehr hübsch. Runter. 6. Und dann zur 7 hoch. Zur 8 runter. Dann die 9. Hier müssen wir gehen. 10. 10. 10. 13. 14. 15. Nach oben. 16. Da ist die 17. Die 18. 9. Da unten ist die 20. Ein bisschen runter hier. 21. Oh Gott. Das sieht so grausig aus. 23. Da haben wir die 24. 25. Hier runter. Runter. 26. Noch ein bisschen runter. 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 27. Hier hoch. Hoch. Wie? Wie soll das? Okay. Ich weiß es nicht. Jetzt kommen die Lehrerinnen aus hier aus Linden Nightmares 2. Oh Gott nein. Hoffentlich nicht. Die können hier reinpassen. Im Schullevel? Ja. Moment. Ach, der macht das hier runter. Ich habe keine Ahnung ob das überhaupt irgendwas bringt, aber... Ich bin so begeistert. Einfach nur zum Spaß. Einfach nur zum Spaß. Okay. Was machen wir jetzt hier? Okay. Was machen wir jetzt hier? Okay. Müssen wir was machen. Da oben. Ich muss da rein. Die machen wir oben nochmal auf. Da kann ich dann hier rein. Ach du musst da rein. Okay. Nee Quatsch. Wir müssen doch die Google da hoch kriegen. Moment. Wir müssen hier rein. Ich kann hier rein. Ich konnte irgendwie rein. Und du. So. Wir können es ja raus probieren. Mach mal dort oben den Knopf auf. Geh ich da mal rein. Alles klar. Dann geh mal rein. Vielleicht gehts. Hier. Äh nö. Bleib mal stehen. Dann geh mal runter. Nee. Nein. Da muss die Mombe rein. Ja. Es ist tatsächlich so eine Kugel. Ich meine die Kugel sieht aus wie Käse. Und das ist eine Maus. Falsche Seite. Achso. Ja. Ich hab blau. Okay. Ähm. Achso. Wir müssen hier drauf stehen. Und damit wir die. Wir müssen hier zur Seite. Achso. Ja. Moment. Hoch hoch hoch. Hoch hoch hoch. Alles klar. Auf die Seite. Runter runter. Verdammt. Ich bin doch weiter runter. Ach Scheiße. Wir müssen uns ein bisschen ausbalancieren hier. So. Und komm mit runter. Wie? Ja. Wir sind einfach sehr schlecht. Nein. Runter. Dieses mittige Loch. Das wird uns noch echt killen. Nein. Und jetzt runter. Sofort runter. Hier. Komm runter. Ich bin runter. Sehr schön. Und jetzt. Jetzt wieder hoch. Hoch 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 hoch. Okay. Das ist sehr gut. Und jetzt nach rechts. Rechts und leicht runter. 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 Ich hab das dumme Gefühl. Das ist das leichte Level von den beiden. Und hoch. Und rein hier. Nice. Ja, es war das leichte. Natürlich war es das leichte. Oh, da kann ich mich dranhängen. Oder du. Oder nicht. Nein, kannst du nicht. Okay. Wir müssen koordiniert vorgehen. Nach oben. Und jetzt nach unten. Und nach oben. Und nach rechts. Verdammt. Wir sind zu weit oben. Warum gehst du nur nach oben rechts? So, jetzt nach oben. Nein. Hm. Du musst verstehen, dass das Ding sich dreidimensional bewegt. Das heißt, wir müssen nicht nach oben, sondern nach oben rechts in dem Fall. Gleich nach oben. Hier so. Geh doch nicht immer zur Mitte zurück. Und runter. Jetzt einfach nur straight runter. Mitte runter. Mitte runter. Und links. Ja. Und nach oben. Jetzt scharf nach rechts. Geh doch nicht nach oben rechts. Verdammt. Ja. Mist. Verstehe deine Physik. Jetzt runter. Ja. Nach unten links. So. Oben links. Na mitte. Rechts. Mitte rechts. Schräg 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 laufen. Genau. So will ich das sehen. Und hoch. Jetzt mit. Nein. Verdammt. Ich denke, ich sehe das. Und du musst nach oben. Das ist. Ich denke, aus der Perspektive der Kugel. Verstehst du? Ja. Ich verstehe das. Aber das ist. Das darfst du nicht. So ein Dreck. Ich gucke auf die Kugel. Und denke mir. Wieso. Guck einfach auf deine Figur. Guck einfach auf deine Figur. Raum schließt. Oh. Das ist. Das ist. Ja. Und runter. 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 Und links. Und jetzt hoch. Ja. Und jetzt oben rechts. Und jetzt. Mitte. Rechts. Mitte rechts. Ja. Und. Ich folge dir. Straight. Ja. Am besten. Und nach links. Und wir haben es geschafft. Wir müssen noch mal kurz runter. Jetzt musst du auf den Knopf drücken. Das war. Ja. Damit wir die Momme kriegen. Das war glaube ich das nervigste Menüspiel bisher. Oder? Nö. Würde ich nicht sagen. So rührte die Momme. Ah ne. Der kommt ja jetzt. Die. Die Maus kommt. Hier kommt die Maus. Ok. Ich muss hier hoch. Ich habe Dinge zu tun. Moment. Ich glaube das tut nicht wirklich was zur Sache. Und? Ich habe Dinge zu tun. Ich will es aber. Es ist mir ein Bedürfnis. Da tu es. Ich habe es getan. Oh ok. Hier können wir was auch immer machen. Ah. Ja wie jetzt. Ok. Ich bin auf der 1. Ah da kommen die 2. Danke. Was tun wir? 1. 2. Und 3. Wir lernen zählen. Wir müssen das zusammen machen. Sicher? Ja. Ansonsten würde ich nicht dauernd sterben. Beziehungsweise ansonsten würde ich nicht alles resetten wenn der 1. drauf geht. Ok. 1. 2. 3. 4. Und hops. Ja. Oha. Warte. Aber warum kann ich das alleine machen? Du kannst es nicht alleine machen. Ups. 4. Verdammt. Heute haben wir beide einen ziemlich schlechten Tag oder? Verdammt. 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 Komm. Nö. Ich gehe mit dem Schiff. Ah. So jetzt. So. 1. 2. 3. 4. Und die 5 ist dort. Die 6 ist dort. Die 7 ist dort. Die 8 ist dort. Die 9 ist dort. Und rein hier. Puh. Da sind wir schon? Ah. Oh no. Also ich weiß was ich tue. Ich meine wir müssen beide drauf aber. Seien wir realistisch an dem Punkt. Ich glaube die drehen sich langsam wieder zurück deswegen müssen wir ja. Ich bin schon drauf. Wir müssen da hoch hüpfen. Irgendwie. Keine Ahnung warum. Ja, ich weiß. Achso, wir müssen relativ weit oben ran. Und jetzt springen. Achso. Jetzt müssen wir den Wandsprung durchführen. Was? Nein, müssen wir nicht. Offensichtlich. Was müssen wir tun? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Wir müssen da irgendwie hochkommen. Mist. Doch. Du kannst zwischen... Mit der Wand. Okay, ich habe irgendwas geschafft. Aber wir müssen zwischen Wand und ach du Scheiße. Ja. Aber das ist jetzt zu weit weg. Das ist also... Okay. Äh, ja. Ich habe auch super lang gebraucht um das zu verstehen. Das könnte schwierig werden. Ja. Keine Sorge. Du schaffst das. Glaube ich nicht. Ich werde dich schwingend anfeuern. Aber es ist doch nur ganz kurz dort an der Wand. Das schaffe ich niemals. Es geht. Es ist schwer, aber es geht. Ich habe doch nur circa eine Sekunde Zeit, um dort an der Wand hoch zu... Nein, du hast länger Zeit. Du hast einen relativ großen Sprung. Ich spring rüber. Ich muss jetzt hier direkt in der... Ja. Ah, okay. Und jetzt... Ähm... F. Okay. Schwing. Und... Hops. Bin drüben. Okay. Und nun? Achso. Hier rüber. Ich komme zu dir rüber. Ich komme zu dir rüber. Morty, guck mal hier. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ja.